ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Das nächste Mal, wenn du ein Problem hast, wirst du nicht die Bohnen, sondern mich, okay? Okay? Ich mach das wieder gut, Mann. Soll ich jetzt den Laden anzünden, oder was? Was hast du für ein scheiß Problem heute, Mann? Fahr los. Nein, Mann. Fahr los, Mann! Bruder ist drin, Mann! Halt deine Fresse, Mann! Bruder ist feier, wir kommen! Fahr los! ARD Text im Auftrag von Funk 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 Bis zum nächsten Mal.